Hallo und herzlich willkommen zu meinem Info-Part über mich, der Letz-Paulex. Ähm, ja, dabei werde ich ein bisschen meiner Welt rumlaufen. Einfach so. Ähm, ja, also erstmal, ich bin Letz-Paulex. Ähm, und, ja, mache halt Letz-Plays, stelle auch Musik online. Und, äh, ja, habe jetzt eigentlich nichts Großes vor oder so. Oh, jetzt, ich will ein bisschen Splitter-Welt werden von Gary hier, ein bisschen Sonny-Bull-Gronk, weißt du? Nein, so ist das jetzt nicht. Ich mache es eigentlich einfach nur für mich, so als Gag. Gag. Ähm, ja, weiteres erfahrt ihr dann eigentlich in meinen Videos. Und, naja, ich stelle halt auch Musik online. Ähm, ja, wenn ihr mal Ideen für meine Lieder habt, dann müsst ihr mir sie einfach schreiben oder in die Kommentare von meinen jetzt schon hochgeladenen Liedern schreiben. Wäre natürlich schön, wenn möglichst viele Antworten kommen, damit ich dann neue Lieder rausbringen kann. Ich könnte mir Texte schreiben, Akkorde schreiben, Töne schreiben. Ihr könnt mir auch Videoantworten geben. Das wäre natürlich am besten. Dann habe ich gleich schon mal eine Vorstellung, wie das Ganze ablaufen soll. Ja, also, so sieht's aus. Ähm, ich wäre glücklich, wenn ihr euch mal die Leute anschaut, die ich abonniert hab. Oder halt Videos von denen geliked hab, positiv bewertet hab. Was auch immer favorisiert habt, hab ich, glaube ich, schon gesagt. Aber egal, weiß ich nicht genau. Ähm, ja. Boah, und das war eigentlich schon mein Infopart. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Eigentlich hatte ich diesen Infopart relativ, ähm, einfach so spontan gemacht. Lade gerade ein Video hoch und so, äh, ich mach jetzt mal ein Infopart. Und da hab ich gedacht, okay, ähm, ja, ihr könnt mir noch Sachen schreiben. Also, Texture Pack für Minecraft jetzt. Also, für das Let's Play von Minecraft. Ich werd, glaube ich, nur Minecraft machen. Bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall mal zu meinen ganzen Spielen. Ähm, ich let's play halt Minecraft. Kennt ihr ja bestimmt. Dann let's play ich Nailed. Mit einer Freundin. Nein, nicht so eine Freundin, eine Freundin. Ähm, let's play ich Nailed. Nailed ist ein, äh, Momentare, ähm, ein, wie soll ich sagen, ein Quad-Spiel oder ein Quad-Spiel. Ähm, wo man halt gegen andere antritt und es ist total lustig, ein High-Suite-Spiel. Äh, so. Ähm, ja, das let's play ich auch. Ähm, let's play ich Rollercoaster-Tycoon 3. Fromm, schon, wenn das vierte rauskommt, dann let's play ich auch das. Wie gesagt, stell ich mein Lieder online. Ähm, ja, und viel mehr werde ich dann noch vielleicht gar nicht machen. Eventuell noch Age of Empires oder Herr der Ringe. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, ob ich das dann mache. Also Age of Empires wahrscheinlich schon. Herr der Ringe eventuell, weil viele Leute stehen ja nicht so auf Herr der Ringe. Oder Herr der Ringe ist schon beliebt, aber so ein Let's Play von Herr der Ringe. Hm, weiß nicht. Ist vielleicht nicht so ganz der Hammer. Weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war mein Infopart. Ich hoffe, er hat euch gefallen und dann sehen wir uns ja vielleicht in meinen Let's Plays. Ciao.